So meine lieben Kinder, willkommen zurück bei FuckRide 3. Ich hoffe, dass ich jetzt bald wieder genug Geld habe zum Zocken, weil im letzten Bad habe ich mir gerade eben auf YouTube nochmal angeschaut. Sie sind ja richtig abkassiert worden. Und ich werde jetzt einen Crashkurs in Poker machen. Aber vorher muss ich noch ein paar Leute töten. Es muss einfach sein. Ne, wir machen jetzt mal die Aufträge weiter. Hier gibt es nämlich auch noch was Interessantes. So wie es aussieht an der Tafel. Aha, da dürfen wir wahrscheinlich mal wieder... Oh oh. Oh oh. Und? Weg! Ich mag euch nicht. Oh, wir sollten vielleicht... Können wir uns überhaupt noch Munition leisten? Ich sollte mich vielleicht nochmal ein bisschen eindecken mit dieser Munition hier. So, Munitionen. Das geht sogar... Oh, wir haben sogar wieder Geld. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Gut, das kriegen wir automatisch wieder zusammen, die Kohle. Das wird das kleinste Problem sein. So, ein Söldner hat sich in einem japanischen Bunker verschanzt. Blablabla. Mit dem Messer töten. Wie immer. Gibt auch wieder ein bisschen Geld. Scheiß Köter, verpisst euch, ey. Das ist ja ziemlich in der Nähe, ne? Da oben, ne? Cool. Wir können mal kurz hinlaufen. Nicht, dass wir wieder getötet werden oder irgendwo runterfliegen oder sowas. Alter, kannst du mal... Machst du mal nervös, ey. Lauf, fahr doch mal zu, Mann. Ich mag das nicht, wenn die so hinter mich hier rumgabbeln, ey. Das geht voll nicht, sowas. So. Also. Ah, diese Aussicht einfach nur herrlich. Da kann man nur genießen, oder? Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen langsam machen. Wir kommen gleich an unser Ziel ran. Da ist auch ein Brief. Sehr nett. Wollten wir ja eh machen. Das ganze Zeug noch einsammeln, ne? Sollten wir aber aufpassen, dass wir... ...vielleicht nicht gleich entdeckt. ...werden von denen. Da ist einer. Das war jetzt gerade aber knapp, ey. Ich laufe mal hier ein bisschen mit der Kamera rum. Da können wir gleich markieren, was wir so finden. Oh, der geht hier rein. Wo ist unsere Zielperson? Da ist noch einer. Was ist denn das? Ein Totenkopf, oder was? Oh. Ich hab was gehört. Hä? Wo ist jetzt der andere? Da ist noch einer. Wo ist jetzt unsere Zielperson? Den werden wir uns auf jeden Fall mal schnappen, weil der kommt jetzt nämlich hier raus. Jawohl, was müsste ich sagen? So, den ersten Hütten. Okay. Er konnte nur noch Juni sagen, mehr ging nicht mehr. So gut, dass er uns hier nicht zieht. Ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht schwanger läuft. Wir ziehen auf jeden Fall in den Bunker rein. Wir wollen Eingang finden. Wo ist denn der Eingang? Ach, da. Äh. Wo jetzt? Das klappt doch wunderbar heute, ne? Da ist vielleicht der Brief. Nicht, dass wir noch vergessen. Na, komm. Okay. Was macht der Auto reparieren? Und was ist das für einer hier? Das ist auch nicht unsere Zielperson. Ja, wo ist sie denn? Ist da oben einer? Oh, ein Scharfschütze. Ne, halt, der hat einen Raketenwerfer, oder was ist denn das? Irgendwas, wo weh tun könnte. Kommen wir da nicht hoch? Scheiße, wir können nicht runterfliegen. Das muss jetzt nicht sein. Ach, nee. Wir kommen auch nicht ran, oder? Nee. Wir müssen versuchen, den hier irgendwie... Ach, Mist. Der muss erst mal weg. Jetzt muss der andere hier... Schießen ist zu laut, das hören sie. Das klackt ein Hirn. Das geht nicht. Okay, der ist wahrscheinlich ganz da hinten. Irgendwo dort auf der Karte. Sieht man es ja. Das ist nämlich nochmal ein Bunker. So, jetzt versuchen wir uns den hier zu krallen, hier. Okay, jetzt ziehen wir jetzt hier rüber. So, dass der es nicht sieht. Okay. So, den hätten wir auch. Warte, der ist hier drin. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall fehlt der jetzt auch. Egal, wo der andere ist. Oh, ein Fertigkeitspunkt. So, jetzt pass mal auf hier. Da oben. Uff. Oh, das war knapp, Alter. Nochmal ein Scharfschütze. Oh, Mann. Scheiße. Von hinten kommen wir wahrscheinlich nicht ran. Ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht sehen. So, wo soll jetzt der Typ sein? Der muss doch hier. Irgendwo abgammeln. Oh. Das ist er vermutlich. Scheiße, wohin läuft der? Wir können. Das war er. Jawohl. So, jetzt kommen uns die hier eigentlich. Boah, direkt in die Mitte muss jetzt der Scheiß hier kommen. Ey, das war eigentlich ein Headshot gewesen, gell? So, der fehlt auch. Und einer ist jetzt noch übrigens. Ist der in dem Bunker, oder wo ist der? Oh, das ist so ein Gepanzerter. Oh, der Scheiße. Da brauch ich, glaub ich... Den da. So, da hilft selbst seine Panzerung nix. Dann machen wir kurz einen Prozess mit so einem hier. Gleich im Lündern. Gut, das haben wir gut gemeistert. So, jetzt wird mir ja fast wieder genug Geld zum Zocken. Ne. Ähm, da sind noch Relikte. Hier unten ist noch was. Und hier ist noch was. Da kann man eigentlich kurz hingehen. Ah, der ist auf dem Berg. Kommen wir gut hin. Sind das meine, oder? Sind meine. Okay, die tun mir auf jeden Fall nichts. So, mal hochjumpen. Mal gucken. Ob wir da so einfach hinkommen. Ob sie es mal wieder ein bisschen einfach gemacht haben, oder... ...wieder so schwer. Okay, das ist... Ist es auf dem Berg, oder? Hm, ja, das könnte... Jawohl. Ah, sehr schön. Liegt da noch irgendwo Geld rum? Nix. Echt jetzt? Kein Geld? Eine Flasche Oettinger, aber... Nee, da kann ich jetzt nix anfangen, hier. Schade eigentlich. So. Ähm. Schauen wir mal, wo wir noch weitermachen können. Können wir eigentlich hier runtergehen? Wo ist das? Oha. Okay. Kommen wir da... Ich denke, der Seilbahn hier... Ne, warte mal. Da weich mal zur Akku ab. Ich könnte hier vielleicht irgendwo am Rand runter. Ja, was ist denn das hier für eine Statue? Ist das hier ein Zuckerhut, oder was? Oder ist das ein Leuchtturm, oder was ist denn das? Ach, das könnte ein Leuchtturm sein. Genau. So, vielleicht kommen wir hier irgendwie... ...unbeschadet nach unten. Ja. Da ist auch nochmal so ein Bunker. Ach, das... Da waren wir ja gerade. Stimmt. So, arg weit sind sie ja gar nicht auseinander hier. Schön rutschi, rutschi machen. So. Okay. Oh je, da werden wir auch hochkommen. Haha. Nein. Wie immer. Das alte Problem. Wie kommen wir auf den Fels? Wir haben keine Leiter dabei. Wir haben keinen Sprengstoff dabei. Doch, haben wir. Aber wir können hier keine Felsen wegsprengen. Scheiße. Ja, vielleicht ist ja ein kleiner Weg da. Guck mal hier, Agma. Hier sehe ich schon was. Eine Liane. Schildkrötenhügel heißt das Ding. Hügel. Hügel natürlich. Spring, mein Freund. Ach, scheiße. Jetzt aber. So, und hoch. Schön. Diesmal ging es gut. Haben sich die Programmierer mal was überlegt hier? Geld? Kein Geld? Warum kein Geld? Ich brauche Geld. Wieso werde ich arm sterben mit einem Spiel, he? So, jetzt haben wir hier noch was. Ein Shop. Hier sind noch Relikte. Relikte, Relikte. Holen wir auch noch. Und dann versuchen wir nochmal zu zocken. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, ey. Die sind gut, ne? So. So. Okay. So, jetzt müssen wir auf der Karre. Ich wollte da hin. Ist er auf dem Berg, oder was? Im Berg. Auf dem Berg. Im Berg. Keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Okay. Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Irgendwie. Erstmal renne ich hier um den Berg rum. Ne, halt. Das kann nicht sein. Was ist da unten los? Aha. Ihr habt ein Schwein geschändet. Und ihr tut es immer noch. So. Ähm. Ja. Ich probe mir hier lang zu gehen. Vielleicht. Ja. Gut. Wir sind hier durch die Höhle, oder was ist das? Ich versuch's mal. Ich geh mal hier durch. Oh, ein Gleiter. Naja, das wird uns aber nicht reichen, zum da hochkommen. Dann müssen wir da schon ein bisschen springen und so, ne? Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Holy shit, man. Ich will nur nicht sterben. Vielleicht müssen wir auch da rüber. Kommen wir hier vielleicht irgendwo her. Ne, hier geht's auch nirgends. Vielleicht über einen Wasserfall hier. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Weil da unten ist ja auch kein Eingang, ne? Die große Frage stellt sich mir wieder, wie komme ich jetzt da hin? Mann, Mann. Dass die das immer einem so einfach machen müssen, ne? Schön. Schöne Scheiße. Ich wette, der Weg ist einfach nur, ich finde mich. Vielleicht will ich hier um den Berg rumlaufen, da lauf' wie so'n Irrer. Ah, das kann manchmal richtig weh tun, wenn man da runterfliegt. Das ist nicht gut. Wollen wir ab und zu mal ein bisschen aufpassen hier. Warte mal, vielleicht kann man hier laufen. Wie weit kommen wir? Oh, warte mal. Ähm, wir können hier vielleicht springen und dann... Ah. Geh ich. So rüber. Ah. Manchmal kann man glitschen, ne? So, ah gut. Sehr schön. Jetzt sind wir zu hoch, ne? Ne, da ist es. Da ist es. Wie haben wir jetzt da hochgekommen? Wo ist hier der offizielle Weg? Aha. Geld. Ah, gut. Das mit dem All-In mach' ich nämlich nicht mehr. Das ist so extrem. Das ist nicht gut. Hey, du. Weg da. So, und wie wäre ich jetzt hier... Da ist ne Liliane. Wie wäre ich da hingekommen? Ah. Na, sieh mal einer an. Hier entlang. Aber, hallo. Es wäre doch ein offizieller Weg gewesen. Okay. Fuh, gell. So, dann gehen wir mal hier her. Ist hier nicht irgendwo ein Gleiter jetzt gewesen? Komm, hoch mit dir. Stell dich nicht so an. Hier war doch irgendwo jetzt ein Gleiter. Da. Der ist aber... Naja, er könnte uns helfen. Vielleicht. Da blickt man gar nicht mehr, was ich hier gerade mache, ey. Guck mal, da versuchen wir mal hin zu dem Teil. So. Ich, dass wir mal zu weit runterkommen, aber ich glaube, wir können uns auch ein bisschen nach oben. Ah, guck mal, da vorne ist es schon. Versuchen wir mal hier zu landen. Vielleicht gelingt es uns. Aha. Stylisch. Stylisch abgesprungen. Mit Stil und so. Boah, einer? Hey, da ist noch einer. Ein Schwein. Alter. Da ist es. Ich nehm das mal mit hier, ja? Da ist noch eine Kiste. Ich glaube, wir haben noch einen Erfahrungspunkt, wo wir verheizen dürfen. Nein, nicht, die, 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 interessiert mich nicht. Äh, Handbuch, Fähigkeiten, Herstellung. Nicht ins Gescheuert. Ach, Fähigkeiten, da steht es doch. Fisch. Aber ich glaube, ich mache Adrenalin, Adrenalinwelle. Dann bekommen wir Gesundheit. Wieder regeneriert, teilweise. So. Den hätten wir auch hier eingesammelt. Jetzt kommt noch das hier. Das ist das letzte, ne? Und ist nicht mal weit weg. Vielleicht da oben. Glaube ich. Sieht nicht weit weg aus, ist aber weit weg. Autsch. Die sind noch alle tot, die Piraten. Die gibt es doch gar nicht mehr. Gegen das, was ich jetzt kämpfe, weiß ich gar nicht, was es sein soll. Den Was haben wir ja schon getötet. Der Anführer der Piraten. Oh, da hat mein Handy gebimmelt. So. Okay. Jetzt rennen wir erstmal da hoch. Und holen noch kurz das Ding hier. Und dann muss ich leider kurz telefonieren. Ist wichtig. So. Dann rennen wir mal hier. Steilisch nach oben hier. Aber hier. Haben wir wieder schon Schikane gebaut oder was? Aha. Da ist mein Relikt. So. Liebe Freunde. Ich muss kurz telefonieren. Wir sehen uns aber gleich wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dabei. Ciao. Ciao. Ciao.